Hallo und herzlich willkommen heute zum Sprint der Corporate Learning Community beziehungsweise auch der, im Namen von Nele Graf und mir, beziehungsweise der Corporate Learning Community aus Südniedersachsen. Und ja, ich freue mich, dass schon über 40 Kollegen Klasse und ja, da wir den ersten Sprint des Jahres 2019 gestalten dürfen, hoffe ich auch einfach mal darauf, dass so ein paar Leute darauf gewartet haben, dass die Community mal wieder zusammentrifft. Virtuell in zwei Wochen dann ja auch schon physisch tatsächlich nochmal. Und ja, wir freuen uns heute, dieses Webinar mit euch zu gestalten. Und wir haben heute eine kleine Premiere. Wir machen das das erste Mal in Teams über Volkmar. Und ja, also wir experimentieren da einfach mal und testen das mal an der Stelle. Und ich möchte euch aber herzlich einladen, einfach wieder in den Chat, wie gewohnt, Nachrichten einzugeben, Fragen zu stellen. Volkmar und ich behalten das gleich im Auge. Und ja, werden dann da so ein bisschen mit durchgeleiten. Und vom Aufbau her sieht es so aus, dass wir uns Padlet nochmal angeschaut haben. Nele hat das Ganze ganz fleißig sortiert. Und wir haben uns dann auf die Fragen konzentriert, die am stärksten bewertet wurden, also die die meisten Likes und Daumen hoch erhalten haben, um so zu identifizieren, welche der Fragen uns wirklich gerade eigentlich am meisten interessieren als Community. Und auf die möchten wir mit euch eingehen. Ja, da hat Nele eine kleine Präsentation vorbereitet. Und ich würde dann ganz gerne das ein bisschen im Auge behalten zeitlich, dass wir uns für jede Frage auch einfach ähnlich viel Zeit nehmen können. Und dann gegebenenfalls, auch wenn die Diskussion gerade ganz spannend ist, an der Stelle überleiten zur nächsten Frage, damit wir auch da noch ein bisschen Zeit für nutzen können. Und ja, das ist eigentlich so das, wie wir heute gerne vorgehen würden. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, jederzeit euer Mikrofon auch anzuschalten, einfach auch direkt eine Frage zu stellen. Das geht ja manchmal doch auch ein bisschen einfacher, als gegebenenfalls im Chat dann etwas sehr lange zu formulieren. Ja, also wir würden uns freuen. Wir freuen uns auf eine Diskussion heute mit euch. Das soll kein Vortrag werden an dieser Stelle. Und ja, dann würde ich sagen, folge mal, wenn du eine Folie weiterklicken könntest. Ja, Nele, sag du doch mal. Ja, ich lasse derweil noch weitere aus dem Wartebereich rein. Also herzlich willkommen an alle. Wir sind schon auf über 70 angestiegen und es geht weiter so. Toll, herzlich willkommen. Gut, Nele, sonst erzähl doch vielleicht einfach so schon mal was über dich. Dann geht es ohne die Folie vielleicht an der Stelle. Liebe Nele, bist du da? Hast du dein Mikrofon wieder angeschaltet? Genau, das ist ganz wichtig. Ich habe es noch mal eingeschaltet. Ich konnte gerne auch hier noch mal aus Verona. Ich habe gesehen, spannend. Schweiz, Göttingen, Berlin, München. Und ja, wie kommen wir dazu, dass wir das Seminar heute, Antje und ich, gestalten? Und zwar haben wir uns vor einiger Zeit auf der Corporate Learning Community, auf dem Regionalkreffen in Hannover kennengelernt. Und habe dort gesehen, Mensch, es gibt so viele spannende Themen. Da sollten wir unbedingt mal weiterreden zu diesem Thema Agile im Lernen. Dazu hatten wir ein Buch geschrieben. Da kamen immer mehr Fragen auf in der Community und haben gesagt, ach Mensch, bevor wir das immer einzeln machen, wollen wir Fragen zum Buch und allgemeine Fragen rund um das Thema mal sammeln und gemeinsam diskutieren. Und so haben Antje und ich das in die Hand genommen. Ihr seht, das ist sowohl Theorie als auch Praxis. Und ich hoffe, dass ich das heute auch nicht theoretisch mache. Sonst müsst ihr mich einfach einbremsen. Folgt mal bitte in die nächste Folie. Dann kann Antje nämlich auch noch mal ein paar Worte sagen. Ja, danke auch, Nelle, für die Hintergründe nochmal, warum wir das Ganze eigentlich initiiert haben. Genau, wir dachten dann nämlich auch, es ist doch eigentlich schade, wenn wir das Thema nur in Anführungsstrichen in Niedersachsen diskutieren. Lass uns das doch, wenn Interesse besteht, mit der deutschlandweiten Community teilen. Und ja, so sind wir auf die Idee gekommen, diesen Sprint zu gestalten. Wenn ich das gerade nicht mache, dann arbeite ich bei Konica Minolta in der Academy und darf da auch meine Kollegen aus den Fachabteilungen zu geeigneten Lernkonzepten beraten, diese gemeinsam mit ihnen konzipieren. Und habe ansonsten noch so ein paar Themen wie halt auch digitale Transformationen, neue Arbeitsweisen, mit denen ich mich auseinandersetzen darf. Und ja, neu dieses Jahr und selbst gewählt bin ich auch mit der Implementierung von Wrecking Out Loud relativ stark dabei. Also bei mir ein großer Praxisanteil, aber ab und an freiberuflich auch ein bisschen Theorie noch an der Stelle. Gut, ich würde sagen, genau, gehen wir ins Inhaltliche, oder Antje? Genau. Also, wir waren sehr begeistert, nachdem wir aufgerufen hatten, unter anderem nach dem letzten Regionaltreffen in Hannover, ja nochmal den Link zu Padlet gegeben und aufgerufen, dass man seine Fragen stellen kann. Das ist das Ergebnis. Also, wir waren sehr beeindruckt, wie viele Fragen gestellt wurden, Likes, etc. und haben uns da drei der am häufigsten favorisierten Fragen rausgegriffen, mit denen wir jetzt uns beschäftigen wollen. Genau, Nele, noch kurze Unterbrechung. Du wolltest dein Video noch ausstellen wegen der Bandbreite. Genau, wir probieren das mal. Alles klar. Super. Dann geht's los mit der ersten Frage. Ich sehe noch nicht die nächste Folie. Da. Also, wenn ihr das auf Padlet gesehen habt, dann gab es ganz viele Fragen. Was ist agiles Lernen? Was ist Workplace Learning? Was ist Learning on Demand? Etc. Und ich fände es toll, wenn wir in der Community mal ein einheitliches Verständnis entwickeln würden. Denn es gibt keine gängigen Begrifflichkeiten oder Definitionen. Und selbst das allgemeine Thema, was wir hier jetzt unter den Slogan agiles Lernen gepackt haben, heißt teilweise auch New Learning, Learning 4.0, etc. Und ich habe für mich mal versucht, die Sachen miteinander zu verorten und zu kombinieren. Und das Thema Workplace Learning ist für mich wirklich das Thema On The Job. Es gibt verschiedene Stufen, wenn man sich die Jane Hart Studien und so anguckt. Aber so das ganz klassische Workplace ist On The Job, das heißt Onboarding, Unterweisung, Projektarbeit, all sowas. Aber zum Beispiel, wenn wir alle auf eine Corporate Learning Community Barcamp fahren, dann wäre das für mich nicht mehr das Workplace Learning. Die andere Frage war zum Beispiel das Thema Learning on Demand. Ist das das Gleiche wie agiles Lernen? Würde ich auch nicht sagen, sondern es ist ein Teil davon. Also das Warum, nämlich das problemorientierte Lernen am Arbeitsplatz. Und beim Social Learning geht es um das Wie, das Miteinander und das Voneinander Lernen. Und in meinem Verständnis, und da wäre natürlich echt spannend auch zu hören, was euer Verständnis ist oder ob ihr was anders seht, ist agiles Lernen eine Kombination. Also das sind drei verschiedene Perspektiven, wie man sich dem Thema Lernen nähern kann. Und agiles Lernen ist für mich eine Sache, die bedarfsorientiert ist, wobei der Bedarf natürlich von der Organisation und dem Individuum kommen kann. Es geht immer um eine Kompetenzorientierung, was zum Beispiel auch Herr Sauter häufiger kommuniziert. Es geht um eine hohe Selbststeuerung. Agil heißt immer auch, wenn wir uns auch agiles Arbeiten lernen, das heißt Weg und Ziel auch immer anzupassen, zu reflektieren, sind wir noch, ist das, was wir tun, gerade noch das Richtige? Müssen wir noch irgendwie adaptieren und justieren? Agiles Lernen hat auch viel mit informellem Lernen zu tun, informell und nonformal, wenn wir jetzt über die Theorien sprechen. Social in Klammern, es muss nicht social sein, ist aber häufig von Social Learning geprägt und hat immer eine Arbeitsplatzrelevanz. Und das sind für mich so die Begriffe, mit denen ich agiles Lernen beschreiben würde und wo ich auch die Abgrenzung sehe zu den anderen, die für mich immer nur eine Perspektive des Ganzen einnehmen. Und da noch, es kam eine schöne Frage in Padlet, ist Nachfrageorientierung besser als Angebotsorientierung? Denn die Lust zu lernen kommt manchmal, wenn man sieht, was es gibt. Und da wollte ich gerne nochmal eingehen. Vielen Dank, wer auch immer diese Frage geschrieben hat. Die Frage ist, was ist das Angebot? Also bieten wir Inhalte an oder bieten wir neue Formate an? Wie zum Beispiel Antje jetzt erzählt hat, sie treibt das Thema Working Out Loud und stellt es in ihrem Unternehmen vor und zeigt dort, dass es eben halt solche tollen Formate gibt. Und wenn wir über inhaltliche Angebote sprechen, dann können die selten individualisiert sein, aber natürlich Lust auf neue Themen machen. Und da würde ich eben halt genau dieses Thema sehen. Also ist Nachfrageorientierung besser als Angebotsorientierung? Eine inhaltliche Angebotsorientierung würde ich mal fast pauschal ja sagen. Aber natürlich sollte es auch immer Angebote geben und zeigen, was es Tolles für Formate und Möglichkeiten gibt, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Seht ihr das ähnlich? Seht ihr das anders? Ich hätte mal eine Frage. Und zwar nach der Definition agiles Lernen, wäre dann eine Community of Practice agiles Lernen? Ja, ich kann jederzeit dort mir die Themen, selber Themen einbringen, also sehr individualisiert lernen. Ich kann Social mit auch andere unterstützen, etc. würde ich definitiv mit reinnehmen, ja. Okay, danke. So, wir haben noch zwei weitere Fragen im Chat. Wenn du mit problemorientiertem Lernen meinst, dass immer dann ein Lernbedarf besteht, wenn ein Problem, also ein Bedarf am Lernen eines bestimmten Inhaltsskills oder dergleichen gemeint ist, dann teile ich all deine Definitionen. Vielen Dank, Nina. Und Katrin schreibt, vor allem ist es halt in die tägliche Arbeit integriert und nicht zusätzlich wie die meisten traditionellen Trainings. Also, ihr habt damit keine, anscheinend im Moment keine Probleme, aber so würde ich das erstmal für mich abgrenzen. Und ich fände es toll, wenn wir in der Community ein einheitliches Verständnis hätten, was wir mit was meinen. Und ob wir über agiles Lernen reden oder New Learning oder Lernen 4.0, das müssten wir auch nochmal diskutieren. Wobei ich, auch wenn Agile, ehrlich gesagt, schon ein bisschen abgelutscht ist, das am sinnvollsten finde. Denn Lernen 4.0 ist für mich zu sehr an Digitalisierung orientiert und New Learning sehr an dem Thema New Work. Und die Frage ist, was ist denn, wenn das nicht mehr New ist? Wie geht es dann weiter? Ich habe einen Gedanken noch, Simon, hier. Ja? Ich habe gerade mal geguckt, ob es die Seite in der Wikipedia schon gibt. Gibt sie? Und da heißt der erste Satz, unter agilem Lernen wird allgemein die Übertragung agiler Methoden der Projektarbeit, insbesondere Scrum, auf Lernprozesse verstanden. Wenn man das ernst nimmt, würde ich finden, dass so ein Aspekt von agilem Lernen noch ist, dass man wie bei Scrum am Anfang selber im Team oder für sich selber ein Planning macht, was will ich eigentlich lernen, dann in einem Sprint sich vornimmt, was zu lernen und dann eine Retrospektive macht und dann wieder neu plant. Also agil im Sinne von, ich habe nicht ein festes Curriculum, was sagt, was mache ich die nächsten zwei Jahre, sondern ich teile das in Zeitscheiben und mache dieses Inspect and Adapt. Finde ich einen guten Punkt, wenn man sich die agile Seite bei Wiki anguckt, die geht sehr auf den schulischen Inhalt. Also wenn man sich die links anguckt, dann gehen sie sehr auf das schulische. Ich finde, das, was dort steht, als einen sehr engen Begriff von agilem Lernen. Also eine wirklich 1 zu 1 Übersetzung, finde es aber durchaus die Logik, was du gesagt hast, super. Mhm. Ja. Hier ist Sabine, ich hoffe, ich bin zu hören. Ich habe noch mal eine Frage. Habe ich dich jetzt nicht gestern, dass du Barcats nicht als agiles Lernformat siehst? Doch, als agiles Lernformat, aber nicht als Workplace Learning. Ach so. Okay, gut. Sehr gut. Der Zugriff ist ganz gut. Ich frage im Chat, was mit Format gemeint ist? Format, meinst du, ich sehe es gerade nicht ganz, Format, Methoden und oder Technologien. Technologien würde ich noch mal rauslassen. Format und Methode, ja, könnte man noch mal unterscheiden, mache ich, aber jetzt habe ich jetzt gerade keinen Unterschied. Okay, und dann fragt Barbara noch, wenn agiles Lernen immer arbeitsplatzbezogen ist, dann gibt es das nicht in der Schule, beziehungsweise Lehre. Kann man ja auch überlegen, ist die Schule und die Lehre, vielleicht ist das dann nicht der Arbeitsplatz sozusagen im übertragenen Sinne? Also, man könnte das Thema agiles Lernen, also wie wir es gerade ja gesagt haben, mit dem kompetenzorientierten etc. sicherlich auch über die Schule übertragen. Wir reden jetzt natürlich hier nur im betrieblichen Kontext, weil dann wird die Nummer noch mal wirklich deutlich größer. Kurz einmal zwischendurch folgt, mal würdest du bitte noch mal mindestens eine Folie zurückblättern. Wir sind schon, du bist schon ein bisschen vor, du bist schon so neugierig gewesen, was danach kommt. Genau, und Christina fragt auch noch, was ist der Unterschied zum 70-20-10-Ansatz? 70-20-10 ist einfach eine Strukturierung von, jetzt haben wir das Thema Methodenformate. Also, welche Formate sind wirklich am Arbeitsplatz, dieses Workplace, welche sind mit anderen und welche sind ganz klassische. Das ist also nur eine Kategorisierung, würde ich jetzt mal sagen. Marc Tillmann sagt noch was ganz Spannendes, könnte Barcamp nicht auch Workplace Learning, wenn es innerhalb des Unternehmens stattfindet? Hervorragend, natürlich, und da sind wir in den Graubereichen, wenn ich das natürlich dann wieder adaptiere und meinem Arbeitsplatz näher mache, könnte das auch Workplace Learning sein. Aber wenn wir schon über solche Themen diskutieren, dann haben, glaube ich, alle verstanden, was ich meine und natürlich hast du recht. Henele, magst du dann mal was dazu erzählen, das Verständnis von Arbeit und Lernen, diese drei Unterschiede? Genau, finde ich hochspannend und zwar gab es schon häufiger mal eine Diskussion, auch bei Facebook und bei Twitter. Ja, Lernen ist doch selbstverständlich inzwischen für alle. Und ich, also Lernen im Arbeitskontext, lebenslanges Lernen, brauchen wir nicht mehr drüber reden und solche Themen und ich würde dem widersprechen. Und für mich gibt es eigentlich so drei Stufen des Verständnisses, wie Lernen und Arbeiten zusammenhängen. Und so die ganz traditionelle, klassische Stufe war, der Job ist die Arbeit. Ich habe meine Arbeit zu erledigen. Lernen ist extra, passiert mal sporadisch, wenn ich zum Beispiel auf ein Seminar gehe, aber prinzipiell kriege ich mein Geld dafür, dass ich meinen Job so wie im Moment erledige. Das, was jetzt relativ viel ist, lebenslanges Lernen, reden wir schon lange drüber. Jetzt wird es aber durch die ganzen Umstände deutlich relevanter. Kontinuierliches Lernen ist ein Thema. Lernen also mit in, auch die Stellenbeschreibung und Co. Mitte zu implementieren und als ein Kontinuum zu verstehen. Das Dritte, und das ist bei vielen eher noch die Zukunft, ist, dass Job gleich arbeiten, gleich lernen ist. Ich kann zwischen Arbeit und Lernen keinen Unterschied mehr machen. Denn Arbeiten, gerade in Projekten, wenn es um Innovation, um Kreativität und alles geht, heißt das immer, dass Arbeiten experimentieren ist, reflektieren, wenn wir eben halt über agiles Arbeiten auch reden, adaptieren und lernen. Und so ist das alles eine einheitlich, kann also wirklich nicht mehr unterscheiden, was ist was. Und ich glaube, dass wir wirklich im Moment in einer Phase sind, wo alle drei Verständnisse schon immer noch existieren. Und die Frage ist, wo befindet sich wer und wo befindet sich auch eine Organisation? Sabine sagt, Stufe 2 und 3 werden länger parallel existieren. Glaube ich auch. Kann agiles Lernen auf allen drei Ebenen stattfinden? 70, 20, 10. Ja. Wenn Lernen, also im Ersten ist Lernen so noch nicht wirklich verstanden, also gerade auch dieses Kollaborative, könnte man aber hier auch schon aufbauen. Aber hier ist immer noch das Verständnis, okay, ich muss mir neben der Arbeit Zeit schaffen, um zu lernen. Antje, siehst du sonst noch Fragen oder Kommentare, die ich jetzt übersehen habe? Ja, wir diskutieren gerade noch kurz parallel so ein bisschen, ob Lernen auf allen Ebenen von 70, 20, 10 stattfinden kann. Und Sabine hat auch noch zu den Stufen 2 und 3 einen interessanten Kommentar gemacht, nämlich, dass sie für längere Zeit nicht wirklich, also dass sie parallel existieren und wahrscheinlich es niemals so sein wird, dass alle Arbeit gleich lernen ist. Spannende These. Ja, das könnte ich ja vielleicht mal kurz kommentieren, weil ich finde, wenn wir jetzt bei Stufe 3, was sie da beschreibt, ist ja Arbeiten, Experimentieren, Reflektieren und der Lernprozess ist beim Reflektieren. Also es wird vielleicht immer enger und schneller, aber es wird immer den Moment geben, jetzt muss ich die Folie fertig machen oder ich muss jetzt diese Präsentation halten und dann reflektiere ich. Also es wird vielleicht schneller, aber dass es sich wirklich auflöst und jetzt im Moment, dass ich rede, lerne ich, halte ich für, ich wüsste nicht, was der Sinn sein soll, dass wir das so glauben. Also psychologisch ist das eigentlich nicht machbar, meiner Meinung nach. Also ich mache eine Handlung und währenddessen ich handle, reflektiere ich. Also meiner Meinung nach ist es so nicht gebaut. Das ist so der Händelung. Auch wenn es immer schneller hintereinander kommt, das mag alles sein, das stimmt, sehe ich auch so, aber dass es wirklich eins zu eins ist, das schaffen wir einfach nicht. Ich glaube, es wird, ja, das ist ja auch das Thema mit Multitasking, kann ich mehrere Sachen auf einmal machen. Und wir sind einfach sequenziell geschaffen. Aber es verschwimmt mehr. Also wenn ich jetzt noch sage, ich buche Zeit auf Arbeiten und ich buche Zeit auf Lernen, das kann ich dann eigentlich nicht mehr tun, weil es eben halt wirklich deutlich schneller und besser ineinander greift. Ja, und ich denke, in den Unternehmen geht es eben darum, dass wir eben leider noch bei eins sind. Also Lernen ist extra und das muss man genehmigen und fragen und Budget und so weiter. Und das ist letztendlich schon vorbei. Also so geht es gar nicht mehr. Auch wenn es noch existiert. Ja, und ich glaube, genau darum geht es einmal zu verstehen auch, wo ist wer? Also wo muss ich wen abholen? Und wir in der Community sind, glaube ich, schon ganz weit mit unseren Gedanken. In den Organisationen vielleicht nicht immer. Ich würde ganz gerne, auch wenn die Diskussion an der Stelle schon mal spannend ist, überleiten zur nächsten Frage. Aber ich glaube, das knüpft ehrlich gesagt sehr gut daran an. Ja, weil die Frage hier natürlich dann auch ist, die ihr als wichtig erachtet habt. Bitte folgt mal jetzt einmal weiter klicken auf die Folie. Welche Voraussetzungen braucht es denn alles? Und eigentlich auch dieses Thema Lernkompetenz, Lernkompetenzen oder Selbstlernkompetenz knüpft genau daran an diese Stufenlogik. Also Nele, vielleicht, wenn du erst mal darauf eingehen magst. Ja, Mitarbeiter ist da natürlich auch ein Schlüssel und die wichtigste Rolle. Und was ich einmal ganz kurz sagen wollte, ist, wir reden von Lernkompetenz, Lernkompetenz und Selbstlernkompetenz. Ich persönlich spreche am liebsten von Lernkompetenzen, weil es ist nicht eine Kompetenz, sondern es ist ein Konglomerat an Kompetenzen, die ich beherrschen muss, um effizient und gut lernen zu können. Und ich rede nicht von Selbstlernkompetenzen, weil keiner für mich lernen kann. Entweder mache ich es selber oder es passiert nicht. Das ist so dieses Jahr auch das konstruktivistische Bild für die Pädagogen unter uns. Und wenn wir über agiles Lernen und Mitarbeiter reden, dann müssen wir auch immer über unser Menschenbild reden. Und ich gehe erst mal von dem positiven Menschenbild aus, dass Mitarbeiter gewillt sind zu lernen, insbesondere wenn sie auch einen Sinn erkennen. Das ist so die eine These, die ich aufstelle für mich. Und das Zweite ist, Mitarbeiter können häufig nicht hoch selbstgesteuert lernen. Das hoch unterschrieben in diesem Fall, weil es gibt nicht unterstrichen, es gibt nicht selbst- und fremdgesteuert, sondern es gibt ja gerade an Selbststeuerung. Von ich darf nur meine Lernzeit bestimmen bis hin zu wirklich, ich gestalte die ganzen Formate. Und meine These ist, dass wir das nicht gelernt haben. Und das ganze Kompetenzthema ist aber so wichtig. Und Markus Veth hat ein schönes Zitat gebracht. Mitarbeiter ohne Lernkompetenzen sind die Analfabeten der, jetzt müsste man in Klammern sagen, zukünftigen Arbeitsgesellschaft. Das finde ich ganz spannend. Und wenn wir dann weitergehen bei diesem ganzen Thema, folgt mal. Ich habe mal ein Modell zum Thema Lernkompetenzen mitgebracht, was wir mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung gemacht haben. Und wir haben über 10.000 Mitarbeiter in Deutschland befragt, wie denn sie ihre eigenen Lernkompetenzen zum Thema Selbststeuerung auch einschätzen. Und fast die Hälfte hat gesagt, ja, sie brauchen Druck eigentlich von außen. Also dieses, es geht sonst auch bei ihnen einfach unter. Und ganz spannend fand ich auch so eine Zahl. 39 Prozent sind sich im Klaren, was sie nach einem Lernprozess können oder wissen möchten. Und die Frage ist, was ist mit den anderen, mit den anderen 61? Durchhaltevermögen, 23 Prozent geben nur ein hohes Durchhaltevermögen an, gerade bei komplexeren Lernszenarien. Reflektieren und evaluieren ihren Lernprozess, nicht nur das Ergebnis. Das sind so Teile der Studie, die gibt es kostenlos, heißt Gebrauchsanweisungen zum lebenslangen Lernen. Ausgegeben von der Vodafone-Stiftung, kann man im Internet sich einfach runterladen. Und das sind für mich so Indizien auch dafür, dass wir eigentlich dieses Lernen nicht gelernt haben. Weder in der Schule noch in der Ausbildung. Und Antje und ich hatten eine schöne Diskussion vorhin. Eigentlich, sie meinte, wie hast du so schön gesagt? Ach, wir haben das doch eigentlich alle mal gemacht in der Kindheit. Und da habe ich dann so einen Hype widersprochen, weil in der Kindheit es einfach ja eine Neugier ist. Auch ein nicht internationales Lernen, ein nicht intendiertes Lernen. Ich sauge ja auf, ich bin als Kind einen Schwamm. Ich habe zehn Monate alten Sohn und ich finde es faszinierend. Aber ich muss nicht was wozu lernen, sondern ich gehe Gesamtraum. Was wir aber sicherlich uns von den Kindern wieder abkücken können, ist dieses ganze Thema. Experimentieren, ausprobieren, üben, machen. Das ist natürlich eine wirklich tolle Geschichte. Und ja, ich glaube, Lernen, Lernen und nicht nur das, was in der Schule vermittelt wird unter dem Thema, wie Memorierungstechnik, also wie erinnere ich was, sondern wirklich selbstgesteuert lernen zu können, ist was, was viele Mitarbeiter nicht können. Da rede ich jetzt nicht unbedingt von unserer Gruppe, sondern ich kenne auch durchaus andere Zielgruppen, wo einfach Lernen schlecht konnotiert ist. Das ist mit Schule verbunden, mit Prüfungen, mit auswendig Lernen, mit all solchen Themen. Und da zu zeigen, dass es auch anders geht, das ist natürlich auch eine Aufgabe. Umso wichtiger agiles Lernen in die Schule zu integrieren. Halleluja, unbedingt. Die Frage ist, wie kriegen wir es hin? Und ich habe nicht die Kontakte in die Politik, aber die sollten sich da sicherlich mal genau mit solchen Themen auseinandersetzen und vielmehr noch das Thema Projektarbeit und all solche Themen machen. Entschuldigung, da haben wir gerade gleichzeitig geredet. Ja, erstmal vielen Dank für Steffi und Oliver, dass ihr den Link für die Studie gleich geteilt habt. Klasse. Und eine Frage von Bastian passt super gut dazu. Für welche Form des Lernens gilt diese Studie? Wir haben sie für das gesamte Thema Lernen, also geplantes Lernen im Arbeitskontext gemacht. Also das heißt nicht, dass ich google mal und surfe mal einfach rum, sondern klar, ich muss was lernen, wie gut kann ich das tun? Und in diesem Modell ganz kurz, es gibt eine linke und eine rechte Seite und das sind zwei theoretische Modelle, die wir verknüpft haben. Das einmal ist, wie ticke ich? Also wie mache ich mir das Lernen einfach? Und da tickt jeder unterschiedlich. Und das Grüne ist das Thema Lernmanagement. Also wie manage ich meinen Lernprozess? Und weder das eine noch das andere haben wir wirklich gelernt. Und da verstecken sich ganz viele psychologische Konstrukte dahinter, wie Selbstwirksamkeit, wie das Leistungsmotiv, Lernstile. Damit meine ich eben halt die nach Hanni in Mumford oder Kolb. Also dieses bin ich eher ein Aktivist oder ein Theoretiker, nicht haptisch, auditiv etc. Das wissen wir ja, dass das nicht produktiv ist. All solche Themen. Das muss ich über mich wissen. Gut, noch kurz daran anknüpfen. Deutsche oder europäische Teilnehmer der Studie? Rein deutsch. Okay. Gut. Ja, Nele, dann lass uns doch mal zum zweiten Teil der Frage übergehen, nämlich die Voraussetzungen. Folgt mal, bitte einmal weiterklicken. Super. Ja, also ich finde gerade noch eine spannende Sache. Peter schreibt, agilis Lernen ist doch auch nur Mittel zum Zweck. Es geht schließlich um den Erwerb notwendigen Wissens für eine Entscheidungssituation. Bionert schätze ich agilis vor und danach. Was spielt der Kontext eine wichtige Rolle? Ist er kompliziert oder komplex? Oh, spannendes, langes Thema. Was mir gefällt, ist der erste Satz, auf den ich gleich angesprungen bin. Natürlich ist das Mittel zum Zweck. Und ihr könnt es nennen, wie ihr wollt und ihr könnt es gestalten, aber es geht um Kompetenz, um Orientierung. Also Wissen ist mir häufig auch zu eng gefasst, was nicht nur um Entscheidungssituationen, sondern auch um Umgesetzung geht. Und natürlich ist es Mittel zum Zweck. Und ganz viel von dem, was wir unter agilem Lernen jetzt verstehen, haben wir schon in den 80er Jahren in der Pädagogik diskutiert. Also wenig davon ist wirklich Rocket Science und Hypermodern, sondern wir haben die Ansätze schon, schleifen wir eigentlich schon seit Längerem mit. Nur die Relevanz ist deutlicher geworden. Dann waren wir bei den Voraussetzungen schaffen. Ein paar Ideen. Das war der zweite Teil der Frage im Padlet. Ich finde es immer gut, klein anzufangen und groß zu denken. Also wir müssen ja nicht über agiles Lernen oder so reden, sondern wir können ja einfach mal erste hochselbstgesteuerte Formate einführen und vor allem auch am Anfang begleiten. Also wenn man zum Beispiel Lunch & Learn oder Working Out Loud oder so einführt, dann braucht es am Anfang eine gewisse Begleitung. Einfach mal machen, ausprobieren, gucken, wie die Mitarbeiter mitmachen. Und meine Erfahrung ist, dass insbesondere hochselbstgesteuerte soziale Formate, also das Miteinanderlernen, sehr erfolgsversprechend sind. Weil da immer noch auch dieses, ich hatte ja gerade die Zahl auch mitgegeben, mit dem ich brauche etwas Druck von außen. Wenn wir Working Out Loud nehmen und wir immer einen festen Termin haben und das zwölf Wochen lang ganz begrenzt, dann habe ich den Druck, den ich vielleicht für mich selber brauche. Insofern wäre das zum Beispiel eine spannende Geschichte. Ich finde es auch immer gut, die Mitarbeiter zu gestaltern zu machen. Wir haben das in einem anderen Forschungsprojekt gemacht, dass die Mitarbeiter die Lernvideos selber erstellen. Oder als Buddies im Onboarding-Prozess dabei sind. Oder es Buddies gibt oder Mentoren bei Reverse Mentoring, die die Einführung von Office 365 bei ihren Kollegen mit begleiten. Und da passiert natürlich nicht nur das Fachliche, sondern auch das Emotionale. Denn wenn Mitarbeiter sich beteiligen und selber gestalten, dann reden sie darüber anders. Dann können sie auch anders andere Leute mitziehen. Und das finde ich, ist immer auch ein ganz toller Schlüssel. Wenn Mitarbeiter gut über das Lernen reden, dann ist schon viel gewonnen. Lernkompetenzen analysieren und fördern. Da würde ich gerne das Beispiel Deutsche Bank nennen. Die haben wirklich eine Akademie fürs Lernen aufgesetzt und bringen dort ein Angebot zu Tage, dass die Mitarbeiter Lernkompetenzen und auch andere Metakompetenzen sich dort mit beschäftigen können und ausbauen können. Und die Deutsche Bank sagt ganz klar, egal ob sie bei uns bleiben oder nicht, das sind Sachen, die braucht jeder Mensch für die Zukunft. Führungskräfte entwickeln und da auch speziell darauf eingehen, dass Führungskräfte alle Altsgruppen fördern müssen. Das haben wir in der Studie auch gesehen, dass so ab 55 aller spätestens eigentlich schon davor Führungskräfte eigentlich kein Fokus mehr auf das Lernen ihrer Mitarbeiter haben und da auch ein gewisses Desinteresse zeigen. Was schade ist, weil mit 55 habe ich noch mindestens zwölf Jahre zu arbeiten. Und das wäre schade, wenn ich da nicht mehr lernen würde. Lernzeiten übergangsweise definieren. Es ist so, wenn wir über Informelles lernen und reden, also nicht mehr über diese ganz klassischen Seminartage, sondern eben halt mal, ich mache eine Meetup oder Working Out Loud oder so, dann kenne ich das aus einigen Unternehmen, dass gesagt wird, ach Mensch, hast du nichts zu tun. Also dieses Verständnis, Job ist eigentlich Arbeiten. Und da gab es eine ganz tolle Twitter-Diskussion von Bernd Schlindwein damals angestoßen, wo auch verschiedene Themen gesammelt wurden zum Thema, oder verschiedene Beispiele gesammelt wurden zum Thema Lernzeiten von einem Tag in der Woche über vier Tage im Jahr, wo man alles drauf buchen kann. Was damit sicherlich eine Initialzündung sein soll, ist eine Legitimation zu schaffen, dass ich auch während der Arbeitszeit lernen darf. Nele, wollen wir noch mal ein bisschen auf den Chat gucken und noch ein paar Fragen hier an der Stelle. Auf der einen Seite Lernbegleitung als Angebot und nicht als Muss wird einmal genannt. Absolut d'accord, natürlich. Mitarbeiter 55 oder Führungskraft, wenn der Mitarbeiter 55 ist, sinkt, egal wie alt die Führungskraft ist, deren Engagement sich mit dem Lernen des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin zu beschäftigen. Genau, die Annette hat auch noch eine ganz spannende Frage gestellt. Vielen Dank dafür. Was bedeutet hochselbstgesteuerte Formate im Gegenzug zu niedrig? Ja, also ein niedrig selbstgesteuertes Format ist ganz klar ein Training. Lernzeit ist vorgegeben, Lernort ist vorgegeben, die Inhalte sind vorgegeben, meistens ist die Didaktik auch vorgegeben. Ich setze mich hin und bin eher Konsument, würde ich das jetzt mal sagen. Natürlich kann ich es im Teil mitgestalten. Hochselbstgesteuert heißt, dass ich mir überlege, welche Formate, Methoden sind für mich gut, welche Tools sind für mich gut, wann tue ich es, wie tue ich es, mit wem, etc. Also ein Working Out Loud wäre jetzt zum Beispiel, Aschua, ein hochselbstgesteuert Mentoring. Wenn der Mentee es wirklich ernst nimmt, ist es ein hochselbstgesteuertes Format. Ja, das wären so zum Beispiel zwei Themen. Genau, und da hat ja auch der Gregor nochmal den Hinweis gegeben, dass er auch findet, dass selbst diese klassischen 10%, die ja eigentlich Format, so ein Training, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, als niedrig selbstgesteuert, kann man eben auch überlegen, agil zu organisieren, Agenda mit Kanban, Board, Fragen und Lernthemen der Teilnehmer. Also auch da kann man an Formaten drehen, wenn man die Agile leer gestalten möchte. Ja, also dann, Paolo, das ist ja die Frage, die gleich schon dazu sagen kann, ist, ein Webinar ist eher niedrig selbstgesteuert. Prinzipiell schon. Wir versuchen hier natürlich sowohl über den Chat, als auch eben halt genau dieses Sammeln vor in Padlet, das etwas teilnehmerzentrierter zu machen. Also ich muss jetzt auch nochmal widersprechen zum Thema Training. Also da gibt es ja eine sehr große Bandbreite von teilnehmeraktivierenden Trainings und, und, und. Also ich denke, so ein klassisches, sehr wenig gesteuertes ist so ein Vortrag, wo man einfach 20 Minuten was erzählt und dann applaudiert das Publikum und geht wieder raus. Also das wäre so für mich klassisch wenig. Das ist ganz klassisch. Ja, genau. Das ist ganz klassisch. Bei dem Training habe ich einen Vorteil immer halt noch, dass ich wirklich Lernzeit und Lernort vorgegeben habe. Absolut. Und damit auch eine Verbindlichkeit. Und jeder von uns kennt das bestimmt, dass er sagt, oh Mensch, diesen Artikel will ich schon seit Ewigkeiten lesen, ich komme immer nicht dazu. Und das ist so bei diesem Lernen, dem hochselbstgesteuerten, es ist schwierig manchmal einfach einzutakten in die Taktzahl. Und da ist natürlich in einem Training, wo es sagt, okay, jetzt ist das Thema dran, hat da auch seine Vorteile immer. Weil natürlich auch sowas wie einen Barcamp vorgegebenen Ort hat und auch eine vorgegebene Zeit, in denen dann ein Austausch und ein Lernen stattfindet. Also ich glaube, da gibt es auch noch weitere Formate, die jetzt durchaus als agil klassifiziert werden, die da ähnliche Aspekte haben. Also ich glaube, man kann auch wirklich einfach gucken, jedes Lernformat kann agilär und weniger agil gestaltet werden. Und es liegt dann ja auch in unserer Hand, das Ganze mit aufzunehmen. Ja. Aber der Marten hat auch noch so eine super spannende Frage gestellt, nämlich wie sind die Erfahrungen mit ISO 9001 Zertifizierungen im Unternehmen? In meinem Empfinden wird dadurch vieles bürokratisiert, was kaum noch Platz für selbstgesteuertes Lernen im Arbeitskontext lässt beziehungsweise untergräbt. Aus dem Bauch heraus habe ich das Gefühl, eben das hält einen auf Stufe 1. Worauf genau will er mit der ISO nochmal, also welches Problem siehst du dabei? Du kannst auch gerne das Mikrofon einfach öffnen und kurz was erklären. Das ist vielleicht auch hilfreich. Also Sabine sagt noch gerade eine Sache. Ich würde auch gerne sagen, ob und das meiner Meinung nach nicht selbstverständlich per se das Ziel ist, sondern ich entscheide, wie ich es organisiere, entscheide mich gegebenenfalls für ein fremdorganisiertes Format. Ja, aber da ist schon die Selbststeuerung, dass ich mich entscheide. Natürlich kann ich mich entscheiden zu sagen, ich gehe in ein Training. Die Selbststeuerung ist aber genau die davor liegende Entscheidung. Will ich ein Training oder will ich was anderes machen? Okay, gut. Dann kam zwar noch ein paar Nachweispflichten von Schulung, Lernzeit, Lernzielkontrolle etc. Das ist mit der ISO-Zertifizierung, schreibt der Mann. Ja, okay. Also, das wäre ein eigenes füllendes Webinar. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Datenschutz. Und zwar beim Thema Datenschutz müssen wir nachweisen, dass die Mitarbeiter im Datenschutz geschult wurden. Da ist aber im Vordergrund, dass alle Mitarbeiter den Haken gesetzt haben. Und vielleicht nicht ganz zwingend wäre eine These, dass sie es wirklich gelernt haben. Und die Frage ist natürlich, wie kann ich es sonst gestalten auch, dass sie es lernen. Also, ich habe da noch ein anderes Ziel, was vielleicht auch mich dazu leitet, Selbststeuerung in diesem Falle nicht anzubieten. Spannendes Thema. Super spannendes Thema. Aber wäre nochmal, glaube ich, hier jetzt gerade, wenn ich sie auf die Uhr ziehe, sehr groß. Gut, dann auf die Gefahr hin, dass wir jetzt die eine oder andere Frage leider nicht mehr so diskutiert haben, würde ich trotzdem vorschlagen, zu dem nächsten Teilbereich überzugehen, um uns da noch einer weiteren Fragestellung aus dem Padlet zu widmen, die die Community eben als wertvoll eingeschätzt hat. Also, lieber Volkmar, wenn du nochmal, Dankeschön, weiterblättern könntest. Formate und Integration in die Arbeit ist das Thema. Ja, wir haben jetzt ja schon viel darüber gesprochen. Und bevor ich jetzt einfach das kundgebe, was so meine Erfahrungen sind, würde mich natürlich auch sehr interessieren, was hindert bei der Implementierung? Was habt ihr für Ideen? Ihr kommt ja viel aus den Unternehmen und viele von euch haben da sicherlich schon einen großenartigen Schatz an Erfahrungen, an Ideen etc. Antje, jetzt musst du nochmal in die Moderation eingreifen, weil ich glaube, hier ist der Chat noch deutlich mit dem anderen Thema beschäftigt. Ich merke schon, die Community hat da auf jeden Fall noch ein bisschen Redebedarf, beziehungsweise ich finde, das ist auch total in Ordnung, wenn wir im Chat da einfach ein bisschen weiter parallel zu diskutieren. Genau, die Frage ist ja so ein bisschen, also ich finde, das knüpft auch eigentlich ganz gut an diese Voraussetzungen an, nämlich wie können wir das jetzt wirklich integrieren? Ja, was können wir machen ganz konkret als Learning Professionals? Was hindert uns aber vielleicht auch bei der Implementierung? Also, ja, da stehen so ein paar Punkte, die wir vorhin mal zusammen auch überlegt haben und nochmal ein bisschen geschärft haben. Wollen wir darauf eingehen oder wollen wir nochmal auf den Chat eingehen? Weil hier wirklich gerade so viel passiert, da sind, glaube ich, ganz viele einfach im Moment beim Chat lesen. Ja, können wir auch gerne machen. Magst du einmal so ein bisschen? Also, es geht los mit Sabine, die nochmal sagt, ich finde, das Thema ist nicht, ich entscheide über mein Lernziel und nicht das Unternehmen. Jein. Ja, in dem, wenn wir über Problembasiertes lernen und so reden, definitiv. Aber es gibt natürlich auch immer strategische Themen, die aus dem Unternehmen über die Führungskraft natürlich an den Mitarbeiter auch herantragen werden müssen. Also, was sind die Anforderungen? Wo entwickelt sich das Unternehmen hin? Das ist ja immer ein beidseitiges Miteinander reden und diskutieren, was gebraucht wird. Ja, darf ich da mal eingehaken? Genau das ist das Thema. Also, wenn ich selber motiviert bin, etwas zu tun und es zufällig mit der Strategie zusammenpasst, dann ist es schön. Wenn ich aber als Unternehmen sage, ich möchte, dass diese Strategie von allen verstanden wird, dann kann ich nicht erwarten, meiner Meinung nach, dass das oder ich wüsste nicht, wie man das dann schafft, dass wir es dann so formatmäßig hinbekommen, dass die Leute es dann doch freiwillig gerne machen wollen. Also, ich denke, es geht so ein bisschen um die Grenzen des agilen Lernens. Also, wenn ich es will als Unternehmen und es muss das und das sein, wegen ISO, wegen Produkt und so weiter, dann hat es auch Grenzen, in der, ihr dürft das alles selbst entscheiden. Das will ich damit sagen. Also, wenn ich selbstbestimmt lerne, entscheide ich über das Lernens und kein anderer. Wir reden jetzt mal über eine ideale Welt. Also, die ideale Welt ist ja, dass die Unternehmen, die im Unternehmen für die Strategie verantwortlich sind und die Mitarbeiter oder zumindest die im Unternehmen, die Strategie an die Führungskräfte kommuniziert haben, irgendwie im Austausch miteinander sind. Und wenn ich als Mitarbeiter weiß, weiß ich natürlich am besten, was ich gerade in meiner Arbeit an Lernthemen habe, aber vielleicht nicht, was ich in zwei, drei Jahren brauche, weil sich das Unternehmen verändert. Also, die müssen miteinander reden und auch da kann ich agiles Lernen einsetzen. Also, Continental hat zum Beispiel, Harald Schirmer hat eine tolle Präsentation zum Mal gehalten, die haben 365 eingesetzt und haben gesagt, okay, wir müssen das über x-tausend Mitarbeiter ausrollen. Wir bieten mal zwölf verschiedene Wege des Lernens an. Das war, sie haben Videos gedreht, sie haben aber auch, und das hat ja auch was mit Agilität zu tun, ein Body-Konzept aufgesetzt. Natürlich gab es auch die klassischen Handbücher etc. Also, sie haben ein Angebotsportfolio geschaffen, das sowohl über elektronisch als auch über Präsenz, es gab auch ganz klassische Trainings, als auch über Social Collaboration stattgefunden hat. Und jeder konnte selbst gucken, was von Office 365 brauche ich wirklich und wie lerne ich das am besten? Ja, dazu gibt es eine ganze Menge Kommentare im Chat noch dazu, nämlich irgendwo, vielleicht gibt es auch Lernziele und Lehrziele und vielleicht gibt es im Unternehmenskontext eben auch beides. Und ich würde auch mal anknüpfen und daran sagen, ich glaube, die betriebliche Realität sieht nicht so aus, dass wir zu 100 Prozent agil lernen. Und die Frage ist aber auch immer, muss es denn 100 Prozent sein? Oder ist es nicht auch ein Fortschritt, wenn wir uns einfach schon ein paar Prozent weiter nach vorne bewegen und eben mehr Formate, mehr Raum geben, dass tatsächlich auch agil gelernt werden kann? Und es muss, glaube ich, einfach nicht immer 100 Prozent sein. Absolut. Und ich finde, das große Thema ist ja auch Sinn. Also habe ich als Mitarbeiter den Sinn verstanden, warum ich vielleicht mich mit einem Thema auseinandersetzen sollte. Und ich war mal in einem Unternehmen und habe mir dort die IT-Zentrale angeguckt und mal wirklich plastisch gesehen, wie viele Hackerangriffe dort pro Minute auf das Unternehmen einprasselten. Und das war so beeindruckend für mich, dass ich endlich den Sinn verstanden habe, warum ich mich mit Datenschutz und IT-Sicherheit auseinandersetzen muss. Genau. Dann gibt es noch Kommentare, die auch daran anknüpfen, dass eine Awareness für das Thema geschaffen werden muss, ein Bewusstsein für die Wichtigkeit, für die Relevanz von agil lernen. Und daran anknüpfen vielleicht auch, dass es die passende Lernkultur dafür auch braucht. Absolut. Natürlich. Also dann wurde noch ein bisschen über Nachweispflichten diskutiert und ja, ich denke, das knüpft daran an, wo wir eben sagen, es kann und muss nicht alles 100 Prozent agil gelernt sein. Dann bestimmte Dinge müssen eben nachgewiesen werden. Wobei ich finde auch da, nur weil ein Mitarbeiter eben eine IT-Sicherheitsunterweisung besucht hat, wie interaktiv sie auch gestaltet sein mag, heißt es noch lange nicht, dass es auch gelernt und verinnerlicht wurde. Also ich sehe das immer so ein bisschen kritisch mit Haken hinter, hat am Training teilgenommen oder hat das E-Learning absolviert und das Ganze ist auch wirklich verinnerlicht. Würde ich sagen, sind auch nochmal zwei Paar Schuhe. Genau. Dann haben wir hier noch eine Unterscheidung in selbstorganisiertes, selbstgesteuertes, selbstbestimmtes Lernen, die Oliver vorschlägt. Oliver, definitiv. Da könnte man jetzt noch weiter reingehen. Da gibt es in der Theorie Sachen. Wir haben es jetzt hier einfach gehalten. Aber kann man definitiv Unterscheidungen machen, ja. Genau. Und Peter schlägt vor, Lernen für die Rolle, Lernen für die Person müsste man unterscheiden. Ja, kann man machen. Genau. Dann wird zum Beispiel noch gesagt, eine These dazu, was uns hindert. Es ist schwieriger, darüber zu sprechen, was man agil gelernt hat und mit welchem Aufwand. Oder liegt das noch an meinen noch mangelnden Lernkompetenzen? Und auch ein bisschen zuvor wurde im Chat durchaus auch gesagt, dass Sorge bestehen kann, wenn man etwas noch nicht weiß, das auch offen zuzugeben. Dass da eben eine Wissenslücke, eine Kompetenzlücke besteht. Da sind wir wieder bei dem Thema Lernkultur. Wann thematisiert schon mal einen Vorstand oder eine Geschäftsführung oder auch die eigene Führungskraft, dass sie selber eine Wissens- oder Kompetenzlücke hat? Oder wie sie das letzte Mal gelernt hat? Und was? Also da sind wir genau bei dem Thema Lernkultur. Und das vorige Thema finde ich auch so spannend, weil wir sind in Deutschland auch noch sehr zertifikatshörig. Also bei uns muss alles am besten Zertifikat haben. Wir sehen das insbesondere bei den Themen in den Bewerbungen, wie viele Zertifikate dort immer auch angehängt werden noch. Damit haben wir uns eine Krücke gebaut, weil nur weil jemand ein Zertifikat hat, heißt es nicht, dass er es kann, sondern dass er salopp formuliert physisch anwesend war. Ich glaube, wir werden uns langfristig von diesem Zertifikatsthema lösen müssen. Und LinkedIn zum Beispiel baut sowas ja mit diesen Endorsements auf. Das heißt, dass andere sagen, ich habe eine bestimmte Kompetenz. Ob das jetzt der richtige Ansatz ist, das muss man dann nochmal diskutieren. Aber diese Krücke mit den Zertifikaten behindert natürlich das ganze Thema des Agieren-Lernens. Weil wenn ich mir Kompetenzen über die Arbeit, über verschiedenste Thematiken, vielleicht auch über Freizeitaktivitäten aneigne, dann kann ich die schlecht mit Stempel nachweisen. Guter Punkt. Relevanter Punkt. Dann ist hier noch eine Frage. Da es verschiedene Lerntypen gibt, wird es auch Lerner geben, die unter Umständen nicht mit dem Agieren-Lernen zurechtkommen, beziehungsweise andere Präferenzen haben. Wie siehst du das denn? Ja, da sind wir mit dem Thema Selbststeuerung wieder. Ich kann ja durchaus für mich selbstgesteuert entscheiden, dass für mich Training oder ein Vortrag oder irgendwas genau das Richtige ist. Das muss ich nur erkennen können. Ich will ja nicht die Trainings abschaffen. Ich will nur sagen, dass es ganz viel drumherum geht. Und jeder Lerner einfach für sich auch wissen sollte, was und wie er es lernen möchte oder zumindest weiß, dass er es lernen sollte. Super. Und dann noch ein Kommentar. Viele erwarten, dass Lernen geliefert wird. Also der Konsum ist noch sehr in den Köpfen. Selbst Inhalte zu kreieren, Wissen weiter gegen aktiv gestalten, das ist das, was wir in den Organisationen vorleben und in anderen den Rahmen dafür schaffen müssen. Ja, also vielen Dank für den Kommentar. Ich denke, da liegt auch wirklich unsere zentrale Rolle hier an der Stelle, weil ich erlebe das tatsächlich auch so, dass viele einfach sich das nicht trauen am Anfang, da mal was selbst zu erstellen, was reinzugeben, zu sagen, hey, ich habe hier Wissen, ich bin der Experte für das und das Thema und da wirklich auch zu ermutigen, positive Geschichten hervorzuheben, zu zeigen, was für ein Potenzial das wirklich hat. Ich finde den Kommentar super und da müssen wir jetzt einfach mal in die Historie reingehen. Personalentwicklung ist noch eines der jüngsten Themen aus dem Personalbereich und wir haben ganz lange das Unternehmen abhängig von uns gemacht. Wir haben gesagt, kümmert euch nicht, ruft uns an, wir organisieren euch das, lehnt euch zurück etc. Wir haben da uns sehr als Dienstleister verstanden. Und wir haben jetzt so einen Reifegrad einfach erreicht, wo wir als Umso-Rolle neu verstehen und wo auch das Unternehmen unsere Rolle und ihre eigenen Rollen neu definieren muss. Und das ist ein großer Transformationsprozess. Genau, die Susanne fragt auch noch eine spannende Frage, nämlich wie sieht eigentlich die Realität bei euch aus? Wie weit würdet ihr sagen, ist euer Unternehmen entfernt von agilen Lernen? Das richtet sich, glaube ich, an die gesamte Community. Tolles Thema. Ich glaube, das wäre was für das Barcamp, eine Austauschsession. Und meine Erfahrung ist, dass ganz viel im Unternehmen schon da ist, das aber nicht unter den Begriff gefasst wurde. Also dieses, ach, wir machen irgendwelche Mittagssessions, wo wir uns zu einem Thema austauschen, zum Beispiel. Oder es gibt kollegiale Beratungen und ganz viele tausende Ideen, die eben halt einfach nicht darunter gefasst wurden. Müssen sie auch nicht. Machen sie einfach weiter. Das ist ein Gena. Super. Gut. Bastian fragt noch, wie man eine verlässliche Analyse des Lernens im Unternehmen organisieren kann. Ja. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Was will er wozu analysieren? Bastian, meinst du die Lernkompetenz? Nein. Wenn ich jetzt also als Unternehmen organisiere, dass meine Mitarbeiter lernen, wie kann ich analysieren, was sie tatsächlich gelernt haben, ob sie überhaupt irgendwie sich auf den Weg gemacht haben, was zu erlernen und wie lange hält das, was ich meinen Mitarbeitern beigebracht habe, nachher auch an? Das heißt, wie kann ich die verschiedenen Effekte, die das Lernen hier hat, sozusagen für mich erkennen und festhalten als Unternehmen? Ja. Ja. Ich würde jetzt mal eine ganz provokative, die ganz zukunftsorientierte Idee mal einnehmen und fragen, warum muss ich wissen, ob sie sich auf den Weg gemacht haben oder nicht? Die Frage ist doch, beherrschen sie ihre Aufgaben, beherrschen sie diese gut? Können sie sich über den Teller angucken? Was auch immer ich definiere, was für mich ein, was ausmacht, ob dieser Mitarbeiter seinen Job gut erfüllt und ob er das jetzt schon mitgebracht hat oder gelernt hat? Darf ich da nochmal einhaken? Also für mich ist es insofern schon interessant, du hattest vorhin das Beispiel Office 365 genannt. Das Einbringen oder das Onboarden Mitarbeiter von Office 365 ist ja ein gigantischer Aufwand. Den kann ich ja so organisieren, dass ich sage, okay, ich schlage einfach alle tot, so lange damit, bis alle im Kopf gelandet ist. Oder ich sage, okay, ich überprüfe, was ist eigentlich wann, wo, wie angekommen. Speziell, wenn ich es agil organisiere, respektive, ich kann ja merken, wenn Mitarbeitern irgendwas Spaß macht und die damit selbstständig umgehen, muss ich heraus analysieren können, dass ich die gar nicht weiter schulen muss. Und aber irgendwann bleibt vielleicht von meinen tausend Mitarbeitern nur noch fünf übrig, denen ich dann permanent immer weitere Schulungen geben muss. Und wenn ich aber sozusagen bis zum Letzten immer die Schulungen für alle Vorhalte habe, betreibe ich einen riesigen, immensen Aufwand. Ich würde das über den, und da reden wir jetzt über den Output und den Outcome. Das ist ein Unterschied. Und zwar, mich interessiert nicht wirklich der Output, also wie viele Schulungen oder so sind es gewesen, sondern der Outcome, zum Beispiel, wenn ich über 365 meine ganzen virtuellen Besprechungen mache, so wie jetzt. Machen genauso viele mit wie vorher? Machen mehr mit? Machen weniger mit? Und wenn ich Informationen nur noch über, darüber teile, wie viele sind abgehängt, wie viele sind nicht abgehängt. Also, und darüber die Ableitung dann zu treffen. Ob sie Office 365 schon vorher konnten oder nicht, ist da für mich erstmal völlig irrelevant. Die Frage ist, beherrschen Sie es hinterher? Gut, mit Blick auf die Zeit, wir haben noch eine ganze Menge an Fragen im Chat. Wir haben aber auch drei Minuten vor 14 Uhr schon. Von daher, vielleicht eine, Lele, die letzte Frage, die herausgegriffen wird, das würde ich gerne dir überlassen, dir die einmal anzuschauen. Das ist sehr fies. Und ja, Thiermann schreibt schon, schade, sehr interessante Session. Genau, wir können diese in zwei Wochen ja auch nochmal gerne weiter fortführen, beziehungsweise gibt es ja auch noch weitere Kanäle, wie wir in Kontakt bleiben können und noch das eine oder andere Thema vielleicht weiter diskutieren können auch. Ja, also, ich kann jetzt gerade, mir fällt es schwer, hier nochmal wirklich was rauszugreifen, weil ganz viel ist jetzt auch Diskussion im Chat und genau das wollten wir anregen, einfach mal sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und das alleine finde ich super. Und ich glaube, es geht vielleicht darum, wirklich nochmal die Fragen, die jetzt hier auch im Chat offen geblieben sind, zu sagen, wir nehmen die vielleicht nochmal dann wirklich ins Barcamp mit rein. Liebe, darf ich Ihnen anunterbrechen, weil ich habe weiter oben von Karl-Heinz Pape die Frage gesehen, die fand ich nochmal interessant. Ja. Er hat das so wahrgenommen, dass im Grunde genommen agiles Lernen eigentlich dasselbe wie selbstgesteuertes Lernen ist. Hat er das richtig verstanden? Würdest du das auch so zusammenfassen? Das fand ich nochmal eine interessante Frage. Also, würde ich deine Meinung gerne hören. Ja, selbstgesteuertes Lernen ist für mich nur die Rolle des Mitarbeiters. Agiles Lernen bezieht sich für mich die Lernkultur und auch die Rollen der Führungskraft, der Personalentwicklung etc. mit ein. Da würde ich deswegen den Unterschied machen. Danke für die Klarstellung. Das war schon mal sehr gut. Danke. War toll. Ich muss jetzt raus. Tschüss. Tschüss. Also, ich würde sagen, Antje, ich stelle, das war jetzt die Frage, sie wurde mir doch vorgelegt. Hervorragend. Und ich würde einfach sagen, wir gehen den Chat nochmal durch und gucken nochmal, welche Fragen offen geblieben sind. Ich danke euch sehr. Ich danke euch für die Resonanz und ich danke euch für die Diskussion. Und ich würde super gerne mit euch weiter diskutieren, um es am besten zu diskutieren. Und ich freue mich auf den weiteren Austausch. Ja, liebe Nede, liebe Antje, ich darf euch beiden auch ganz besonders herzlich danken, dass ihr hier diese Impulse mit eingebracht habt. Und Antje, dass du das so schön moderiert hast. Also, ganz vielen Dank. Das ist auch sicher ein Ansporn an andere, andere Regionalkommunities, aber auch andere Community-Mitglieder. Und da sind wir gleich bei einem wichtigen Punkt. Ich möchte euch sehr herzlich doch aufrufen, auch weitere Sprints mit anzuregen und diese weiteren Sprints auch mitzugestalten. Für den 12. April haben wir bereits ein Thema. Da soll es um das Thema Lern-OS gehen. Und natürlich freuen wir uns auch auf ein persönliches Wiedersehen bei dem Barcamp in Hamburg. Und auch da wäre es schön, wenn wir gemeinsam eine Session gestalten könnten, wie wir die weiteren Sprints zusammen gestalten können. Also insofern ganz herzlichen Dank für die Teilnahme. Wir waren tatsächlich zwischendurch über 90 Teilnehmer und dafür, dass wir das das erste Mal mit Teams gemacht haben, finde ich, hat das wunderbar geklappt. Ganz herzlichen Dank euch allen. Ja, auch von mir vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf weitere Diskussionen. Ich sehe das eher als Anfang, denn als Ende jetzt hier an der Stelle. Und ich finde, das waren die super Schlussworte. Insofern, folg mal, du schließt die Session. Wir werden es online stellen und allen noch einen wunderschönen Nachmittag, ein schönes Wochenende. Und bis bald auf sämtlichen Kanälen, virtuell, präsent etc. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.